Servus, ich bin Ken Roxen und hier sind wir wieder im First League Trainer beim ersten ADAC-AMX Masters. Ich freue mich jetzt einfach, dass die Saison wieder losgeht und einfach mal sehen, wie es dieses Jahr endet. Wir sind wieder da! Wie bereits in den letzten Jahren fand der Saisonauftakt der ADAC-AMX Masters im brandenburgischen Fürstlicht-Rena statt. Bestes Motocross-Wetter und eine wie immer perfekt präparierte Strecke versprachen beste Unterhaltung für den 16. und 17. April auf der Sandstrecke rund um den Mühlberg. Dieses Jahr fanden sich viele neue Namen unter den Startern. Einige der deutschen Top-Piloten werden nur noch als Gaststars bei den ADAC-AMX Masters auftauchen. Einerseits schade, auf der anderen Seite wird damit umso eindrucksvoller die Bedeutung der ADAC-AMX Masters für die Entwicklung der deutschen Motocross-Szene gezeigt. Die hier bekannt gewordenen Piloten fahren mittlerweile sehr erfolgreich in der WM oder in anderen internationalen Serien. Pünktlich um 13 Uhr am Samstagnachmittag begann das Qualifying. Dieses Mal mit den Fahrern der mittleren Klasse, dem ADAC-AMX Youngster Cup. In Gruppe 1 zeigte der Däne Stefan Kier Olsen auf seiner Yamaha eine überradende Form. Mit knapp zwei Sekunden Vorsprung vor Ron Nofts legte er die Latte auf Anhieb ordentlich hoch. In der zweiten Gruppe belegte der Niederländer Donny Bastemeier auf seiner Honda die Spitzenposition vor dem Slowenen Tim Geiser. Als zweite Klasse gingen am Wochenende in Fürstlicht-Rena die Fahrer des ADAC-AMX Junior Cups, also die jüngsten Piloten an den Start. In Gruppe 1 konnte sich der junge Niederländer Freak van der Vleest auf Suzuki vor dem Belgier Yannick Heilen auf KTM behaupten. In Gruppe 2 fuhr der Lette Pauls Jonas auf die Pole Position vor dem jungen Deutschen Tom Geertz auf seiner KTM vom Team Gekatec. Im Qualifikationstraining der Masters-Klasse konnten sich die bekannten und beliebten deutschen Campen behaupten. In Gruppe 1 belegte Markus Schiffer vom Team Suzuki International Europe Motocross den ersten Platz, gefolgt von Daniel Siegel von Cali Racing. Hallo, ich bin Markus Schiffer, fahre für das Suzuki International Europe Motocross Team, sind heute hier im Trainer. Ich hatte heute eine sehr gute Quali-Zeit gehabt, war in meiner Gruppe 1. In der Startaufstellung bin ich 2. hinter Ken Roxen. Ja, und fahre dieses Jahr die komplette Serie der MX Masters. Ziel ist auf jeden Fall den Titel anzustreben und für morgen ist auf jeden Fall das Podium ein Visier. In Gruppe 2 dominierte deutlich Ken Roxen vom Team Red Bull TK KTM Factory Team, gefolgt vom Schweben Philippe Touresson und Cédric Soubriard. Am späten Samstagnachmittag standen dann die Last Chance Races für alle drei Klassen auf dem Zeitplan. In der Klasse 2, dem ADAC MX Youngsters Cup, bedeutete das Last Chance Rennen für weitere sechs Piloten das heiß begehrte Ticket für die Wettkämpfe am Sonntag. Dominik Pascal Thüri vom MX Team KTM Sturm gewann das Rennen nach 15 Minuten und zwei Runden souverän vor dem Dänen Matthias Jörgensen und dem deutschen Hannes Richter. Im Last Chance Race des ADAC Junior Cup qualifizierten sich ebenfalls weitere sechs Piloten für die Wertungsläufe am Sonntag. Der Schwede Oliver Olsen auf seiner KTM belegte Platz 1, gefolgt vom Italiener Brian Su auf Suzuki und dem deutschen Nico Adler. Das Reglement der ADAC MX Masters sieht vor, dass hier im Last Chance Race zehn weitere Piloten qualifiziert werden. Hier ist also bereits am Samstagnachmittag eine Garantie auf heiße Rennaction gegeben. Für die beiden Spitzenreiter des Youngster Cups des vergangenen Jahres, Lars Oldekamp und Dennis Ulrich, die nun in der Masters-Klasse fahren, war dies die letzte Chance, doch noch am Sonntag antreten zu können, nachdem es für beide im Qualifying nicht gut gelaufen war. Und beide konnten die Chance nützen. Nach einem spannenden, knapp 26-minütigen Rennen konnte sich Dennis Ulrich vom Team Honda Waldmann auf Platz 1 behaupten. Dicht gefolgt von Davies Ivanovs und Lars Oldekamp, beide auf KTM. Hallo Dennis Ulrich, wir sind hier im Fürstlichttrainer. Ich konnte letztes Jahr den ADAC MX Youngster Cup gewinnen, steige jetzt dieses Jahr auf in die Masters. Versuche hier natürlich mein Bestes zu geben. Hier im Fürstlichttrainer natürlich schwere Bedingungen, auch mit dem kleinen Motorrad. Ich versuche natürlich in die Top Ten zu fahren, möglichst viele Punkte für die Gesamtwertung mitzunehmen und dieses Jahr dann somit im Gesamtklassement gut abzuschneiden. Um 11.30 Uhr am Sonntag ging das Fahrerfeld des ADAC MX Junior Cup zum ersten Lauf in dieser Saison an den Start. Die Piloten im Alter zwischen 10 und 15 Jahren auf ihren Motocross-Maschinen der 85er-Klasse ließen es sofort krachen. Das Startgatterfil und der junge Niederländer Jordi van Nobelen konnte sich an die Spitze des Feldes setzen. Doch die Verfolger waren ihm hart auf den Fersen. Bas Fessen, Pauls Jonas, Freak van der Vlist, Kuhn-Chaunberg – alle fuhren in einem dichten Pulk. Jordi van Nobelen konnte seinen Vorsprung aus den ersten Runden nicht über die Zeit retten. Nach einigen Runden und packenden Fights ging der Niederländer Bas Fessen und der Lette Pauls Jonas an ihm vorbei. Musik 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. 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 sehr schnell heran und übernahm die Führung, die er sich dann auch nicht mehr nehmen ließ. Runde für Runde war er zwei bis drei Sekunden schneller als das Verfolgerfeld. So setzte er sich im Lauf der 30 Minuten gehörig von den anderen Piloten ab. Die Spitzenpositionen waren bereits nach der Hälfte des Rennens geklärt. Roxen, Siegel, dahinter der Däne Kaspar Lüngard und der Belgier Kevin Wautz, die sich einige Scharmützel um den dritten Rang lieferten. Und auf Platz 5 fand sich ein alter Bekannter wieder, der Ungar Cornel Nemeth, der nach seinem Ausflug nach Kanada dieses Jahr wieder die komplette Meisterschaft in Deutschland mitfährt. Markus Schiffer, der dieses Jahr mit großen Ansprüchen in die Saison startet, wurde beim Start in einen Crash verwickelt. So musste er sich während des Rennens aus dem hinteren Mittelfeld nach vorne kämpfen. Das tat er mit Bravour. Bereits zur Hälfte des Rennens lag Schiffer auf Position 10. Nach elf Runden hatte er sich Position 7 erkämpft und am Schluss landete er auf dem fünften Platz, noch vor Cornel Nemeth. vor Hour Nr. Lungen der Rennens lag Schiffer und beim Untertitel ledIE von der Rennens z истории Nur PD Uhr kam Start an conofer Bekannter in der GmbH. Wir Sommer als wurden Abastfahren got an ein paar Jungs und kaum ein fünften Platz, Holland kam Kastbarn He unpacked sich von BSC konstant aus dem weiter Sil익 Antonio-B environments vor allen Dingen über Norden im fans shall. So ergaben sich am Ende des ersten Laufes der ADAC MX Masters folgende Ränge. Ken Roxen vom Red Bull TK KTM Factory Team siegte überlegen mit fast 47 Sekunden Vorsprung vor dem zweitplatzierten Daniel Siegel vom Kali Racing Team. Der dritte Rang ging an den Belgier Kevin Wautz vom Kawasaki Elf Pfeil Team. Rang 4 belegte der Däne Kaspar Lüngard vom Sturm Racing Team und auf einen sehr guten fünften Platz kam Markus Schiffer vom Suzuki International Europe Team. Das zweite Rennen in den ADAC MX Masters war ein würdiger Abschluss für ein gelungenes Rennwochenende. Daniel Siegel vom Team Kali Racing erwischte den besten Start und setzte sich an die Spitze des Feldes. Dicht hinter ihm folgte der Belgier Kevin Wautz. Ken Roxen hatte einen schlechten Start. Im Getümmel konnte er seine Geschwindigkeit nicht ausfahren. Doch das tat er im weiteren Rennen. Jede Runde knackte er einige Fahrer und lag nach Runde 5 bereits auf Platz 3. Seine Rundenzeiten waren wieder Runde 3 Sekunden schneller als die der anderen Piloten. So war es nur eine Frage der Zeit, bis Roxen Platz 1 erobern konnte. Und es war bereits nach der sechsten Runde soweit. Die Reihenfolge hieß nun Roxen auf 1, Siegel auf 2 und Wautz auf 3. Dennis Baudrexel vom Co-Fan Racing Team konnte sich die ersten Runden auf Platz 5 halten. In Runde 7 und 8 musste er jedoch federn lassen und fiel langsam zurück. Markus Schiffer, der wieder keinen guten Start hatte, kämpfte sich langsam nach vorne und eroberte den 5. Platz, gefolgt von Cedric Soubriard und Kasper Lüngard. Während Roxen ungefährdet auf dem 1. Platz seine Kreise zog, entbrannte hinter ihm der Kampf um die Ränge. In Runde 9 ging Kevin Wautz an Dani Siegel vorbei. Auch Markus Schiffer verbesserte sich Runde für Runde und zog in Runde 14 noch an seinem Landsmann Daniel Siegel und in Runde 15 an Kevin Wautz auf Platz 2 vorbei. So endete der zweite Lauf der ADAC-MX Masters mit folgendem Ergebnis. Ken Roxen vom Red Bull TK KTM Factory Team siegte überlegen mit fast 47 Sekunden Vorsprung vor dem zweitplatzierten Markus Schiffer vom Team Suzuki International Europe Motocross. Der Belgier Kevin Wautz vom Kawasaki Elf-Pfeil-Team belegte Platz 3. Platz 4 ging an Daniel Siegel vom Kali Racing Team. Den 5. Platz holte sich Cedric Soubriard vom KTM Saarholz Racing Team.